Willkommen zurück zu Fable. Wir haben das Buch, vielleicht redet er mit uns. Gut, den Text hatten wir schon, er will nicht mit uns reden, alles klar. Ja, wir sollen ja hier weiter, jetzt für die Hauptquest. Das heißt, wir machen das auch mal. Es waren zu viele, wir hatten wirklich keine Chance. Sie haben sich den Archäologen geschnappt und dort auf den Hügel verschleppt. Ich weiß nicht, was sie mit ihm vorhaben, aber ich wette, es wird nicht lustig für ihn. Was bist du denn? Ihr müsst ihn retten, schnell, es bleibt nicht viel Zeit. Ja. Die Lakaien haben den Archäologen gefangen, verfolgt und eliminiert seine Häscher, um ihn zu retten. Ich kann heute nicht mehr reden. Ja, mach du mal. Oh, Moment, wenn du gerade da stehst und der zweite auch noch dazukommt. Machen wir es mal so. Au. Was sind das für Viecher? Die machen voll den komischen Ton, als wenn es keine Ahnung für Viecher sind. Ja, nee, braucht ihr nicht. Ihr stört eher. Ich gebe euch Rückendeckung. Ich folge euch nach. So. Die Waffe ist nett. Vor allem der Schaden, die wir da raustrocknen, rausbrücken. Huch, das wollte ich gar nicht. Komische Viecher. Sehr, sehr komische Viecher. Der Schaden hat eine Barriere errichtet. Ihr müsst ihn töten, um sie zu beseitigen. Ja. Das habe ich mir schon fast gedacht. Irgendwie ist das Meer, gerade ein bisschen. Na, verdammt. Ich glaube, ich sterbe hier. Ja, mach ruhig. Hilfe, es hat mich erwischt. Es hat mich erwischt. Dann rennen wir noch nach Hause. Weißt du was? Nein. So, bleib mal hier. Na, so. Geht doch. Huch. Was machst du denn da für einen Scheiß? So, barriere ist weg, noch gefallen. Geht rasch durch und rettet den Archäologen. Natürlich. So rasch wie möglich. Äh, so schnell wie möglich. Also so, ja. Machen wir schon. Ach, nö. Kein Müffeltroll. Oh, nein. Schild, wir zurück. Das wollte ich. Hält jetzt auf jeden Fall schon ganz gut an. Das Zeit verlangsamt. Du bist kaputt. Und du wirst gleich kaputt sein. Moment, ich will mal. Wo ist denn Zeit verlangsam? Oh, ich habe ihn noch getroffen. Ich folge euch nach. Nö. Lass mich doch mal in Ruhe. Dann müsste man auch wieder Tränke nachkaufen. Zumindest die Mana-Tränke. Schnell. Sie haben das Boot fast erreicht. Euch läuft die Zeit davon. Nun drängel mich nicht so. Oder haben wir wirklich keine Zeit? Oh, wir haben wirklich keine Zeit. Verdammt. Aber ich kann die Zeit verlangsam. Ja, ja. Mach du mal. Und wir schaffen es, glaube ich, locker. Von der Zeit her. Puppe eurer selbst. Cool. Eine Puppe eurer selbst. Die Puppen von uns. Ist das nicht toll? Nicht toll. Wieso ist denn der jetzt hinter einer? Äh, dahinter uns einer auf einmal. Oh. Bloß das Schild wieder an. Sag mal. Ist das Blocken, ey? Ist das so mehr? Ja, ja, ja. Haben wir. Haben wir. Haben wir. Hm. So. Archäologen. Wir sind gleich da. Gleich haben wir dich befreit, mein Freund. Oh, der Multi, da geht es gut hoch, ne? Ich überlege gerade schon, ob ich irgendwie mal nutzen soll, so einen Trank. So einen Zeitalter-Trank natürlich. Na. Wahender, habberda. Na, soll ich einen Nutzen? Na. Ich habe mich gerettet. Aber ohne euch wäre ich immer noch sicher in meiner Höhle. Und da tut mir leid noch. Ich bleibe jedenfalls nicht hier. Ich kenne da ein paar gute Verstecke. Vor allem Fertigkeiten. Da haben wir schon eins auf dem Max. Von daher könnte ich das eventuell sogar... Ja doch. Kriege ich schon ein. Ja. Machen wir. Eine Silberverstärkung. Ja, ja. Das habe ich mir schon gedacht. Achso. Ich dachte, vielleicht würde ich noch sagen, dass wir in der Gilde nach weiteren Quests suchen sollen. Weil es hätte sein können, dass wir in der Gilde nach weiteren Quests suchen müssen. So, hier ist nichts mehr. Haben wir da vielleicht irgendwas übersehen? Weil wir ja durchgerannt sind. In Anführungszeichen. Nicht wirklich. Aber vielleicht ist da ja irgendwas versteckt. Ein Mondfisch und ein Smarag zum Beispiel. Das meinte ich jetzt eigentlich nicht, aber ja. Hm. Ne, anscheinend ist hier sonst nichts. Na, irgendwas haben wir aufgenommen. So, dann gehen wir mal in die Gilde zurück. Müssen wir jetzt eh neue Aufgaben annehmen. Und geben da mal ein paar Pünktchen aus. Können wir mal gucken, ob der Gilden, äh, Verkäufer hier vielleicht unsere Rüstung hat, die wir brauchen. Äh, bäh, bäh, bäh. Was nehmen wir denn jetzt? Äh, mal gucken. Lässt erstmal 27.000. Hm. Haben wir nicht den Willenskraft auch getrunken? Oder habe ich den wieder verwechselt? Na, habe ich ja. Blablabla. Hab ich wahrscheinlich wieder verwechselt. So, aus Ende. Zielgenauigkeit. Zielgenauigkeit. Hm. Ich glaube. Dann mache ich erstmal das hier. Wie viel fehlt uns denn dafür? 58.000. Das ist ja, das fehlt ja gar nicht mehr so viel. Ähm. Was kostet das? 25.000. Wo ist denn? Zeitverlager. 47.000. Hm, hm, hm. Nee, nee, nee. Mehrfachschlag. 43.000. Ja gut, dann sparen wir noch ein bisschen. Ich glaube, in Litchfield kann man eh ziehen. Das ist verstohlen genug, das Ausdrucksmittel Schlossknacken zu benutzen. Uh. Ich glaube, in Litchfield kann man eh ganz gut leveln. Von daher, ja. Darkwood Störung. Untersucht ein Vorkönnis beim Darkwood See. Galgenbaum Rettung. Räuber haben euch angeheuert, um jemanden zu retten, der vom Gefängnis bei Bowerstone... Nein. Räuber planen einen Hinterhalt für die Wächter, die ein Verbrecher vom Gefängnis bei Bowerstone zum Galgenbaum bringen. Schickt alle Räuber ins Jenseits und verhindert. Dass sie den Verbrecher befreien. Ja, übernehmen wir. Ich muss erst mal eine Pause machen. Ich nehme schon seit ein paar Stunden auf hier. Ähm, ja. So, da will ich mal ganz kurz gucken, ne, beim Gildenverkäufer. Vielleicht, 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 vielleicht. Glänzende, glänzende. Nein. Schade. Ja, ich weiß. Hm. Ja, dann würde ich sagen... Haha, haben wir. Ähm, was haben wir denn hier? Die Büchersammlung. Ja, dann gehen wir nach, nach Südbowerstone wieder. Also, beziehungsweise nach Nordbowerstone. Ähm. Und machen diese Räuberquests da von den Galgen und so. Und eigentlich kann ich dann ja auch den Machttrank trinken. Diesen Machtzeitaltertrank, weil, wenn wir nur noch da ist eine da haben, haben wir es ja eigentlich relativ schnicks, äh, schnicks, genau. Fix und schnell zusammen. Ich finde, wir haben beide das Gleiche, also fix und... Ah, meine Frau. Unsere Frau. Hi. Na? Hey. Na? Wie jetzt hier? Ha? Echt? So, toll. Schön. Ja, ja, Kornkreise und Entführung. Ach, hier müssen wir auch für die Dings hin. Für die Hauptaufgabe. Hey, seht mal, wer da ist. Endlich seid ihr da, dann mal Tempo jetzt. Mhm. Der Henker wartet nicht gern. Haltet eure Augen offen. Das Räubergesindel dieses Abschaums könnte versuchen, ihn auf dem Weg den Hügel hinauf zu befreien. Wäre nicht das erste Mal. Na, deswegen bin ich ja hier, ne? Ich komme ja nicht auf dumme Gedanken. Der Einzige, der diesem Mann den Kopf abschlägt, ist der Henker höchstpersönlich. Och, Mann. Wieso geht denn eigentlich so komisch? Also mit den Dingern nach oben. Mit den Händen, meine ich. Nicht Dingern. Tja, dann gehen wir mal. Wo sind denn die blöden Räuber? Okay. Hey, Monty. Ich glaube, der hier bekommt heute noch die Axt zu spüren. Ja, ach. Weiß nicht so recht. Die letzten Versuche waren... ...einen Tag lang Blutschrubben. Wohl wahr. Aber letztes Mal stand den Wachen kein Held zur Seite. Richtig? Richtig. Was? Die geben einfach nicht auf, was? Ach, da sind sie auf einmal. Kommen sie von hinten an hier. Aua. Tja. Die Waffe ist echt geil. Ich finde sie so... Ich liebe sie gerade. Was ist eigentlich, wenn jetzt so ein Wächter stirbt? Ich meine, da hinbringen können wir die ja auch. Das ist ja nicht so das Problem, ne? Den Letzten beißen die Hunde. Wir gehen zuerst durch, ja? Was ist denn da oben? Da ist wohl was passiert, was ich vorher gesehen habe. Es werden wohl ein paar von denen in dem Haus da drüben sein. Das könnte sein. Auf jeden Fall. Der eine ist auf jeden Fall weg. Ein Armee! Kass zur Hölle! Mann, ist das vielleicht ein Angeber, was? Kaum zu glauben, wo er doch gleich geköpft wird. Hm. Schnappt sie! Das kommen sie doch von da. Ups. Ich mag die Windmühle. Keine Windmühle. Auch passiert vielleicht gleich, wenn da Räuber rausstürmen. Du schnackt nicht. Geh doch mal einen Ticken schneller hier. Der kommt nicht nochmal frei. Ups. Da sind sie ja. Ich weiß nicht, warum ich da gerade irgendwie total blind vorbei hieran bin. Oh, der ist ja schon tot. Schützt ihr diesen Decken oder Lust wandelt ihr nur? Kommt hierher! Oh, bist du irgendwie blöd? Hallo? Drum dödel Heinz! Geht doch mal weiter. Bisschen noch weiter. Ach, jetzt ehrlich. Am besten lasst ihr uns zuerst durch, hm? Ja, dann geh doch mal. Wie sieht's vorn aus, Flint? Im Moment ist alles klar worden. Bewegt dich. Wenn euer Bauch doch nur ruhig wäre. Bitte was? Oh, bist du ein Wächter tot? Ne, doch nicht. Auf geht's. Ich sage gerade so aus, dass ich mich gerade so gewundert. Ach, dauert das mit euch, ey. Ohne euch an der Seite machen wir keinen Schritt. Ja. Soll ich dich auch ins Bett bringen? Da seh ich doch schon ein. Geht doch. Oh, wo kommt der denn her? Ach nee, das ist der Henker. Aber der nicht. Ja. 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 Das ist doof. Mit der Zweihandwaffe. Wenn die betäubt am Boden liegen, kannst du nichts machen. Und ob das wirklich so yay ist, na, ich weiß ja nicht. Aber na gut. Yay. So, wir müssen jetzt da weiter. Für unsere Hauptaufgabe. Wir gucken einfach mal. Wir müssen noch nichts machen. Wir können einfach mal gucken. Er spricht mit dem Totenklimmer. Okay. Da ist eine Dämon-Tür. Ich glaube, so viele haben wir ja auch gar nicht mehr, die wir öffnen können. Ich glaube, zwölf, äh, zehn haben wir schon, oder? Wir gucken gleich mal. Da ist Schmeisch. Ihr habt einen ganzen Satz? Das muss doch ein Vermögen wert sein. Ja. Ich habe die Krypta aufgeknackt. Und da lag das Zeugs einfach so rum. Ihr solltet es besser verstecken, damit es niemand stiehlt. Keine Sorge. Habe es überall auf dem Gelände verteilt. Das findet niemand. Nicht mal die Untoten, die überall rumkrauchen. Das Einzige, was ich nicht mehr verstecken konnte, bevor sie kam, war der Helm. Momentan ist alles in Ordnung. Und ich halte die Tore verschlossen, bis ich alles verscherbeln kann. Pst, was war das? Verbrauchen ist doch jemand. Ich verschwinde lieber. Ähm, ja, äh, raus aus meinem Haus, verdammter Bauernlümmel. Alles klar, ich gehe ja schon. Ich wollte nur einen Platz zum Schlafen. Ja, wir winken halt, ne? Wir winken erstmal. So, was haben wir denn da drin? Und was für Teile einen tollen Spaten? Angelstelle? Wir haben schon lange nicht mehr geangelt. So, Tag, schön. Könnte man so sagen. Ihr wollt wohl durch die Tore des alten Königreichs? Tja, die sind seit Generationen nicht mehr geöffnet worden. Nur Nostro, der Torwächter, soll sie öffnen können. Der alte Nostro ist aber vor ein paar hundert Jahren abgekratzt. Und da hat er sein Geheimnis mit ins Grab genommen. Schätze, ihr wollt auf den Friedhof? Na, dann gehen wir mal. Nostro's Krypta liegt am anderen Ende des Friedhofs, jenseits des Flusses, oben auf dem Hügel. Und was war mit dem Helm? Warte mal. Ich wollte es noch gar nicht weitermachen eigentlich. Nostro's Helm. Dem Inneren des Helms entströmen seltsame Gerüche. Sein Gewicht würde durchschnittlichen Menschen das Genick brechen. So. Oh, da ist auch irgendwer. Das ist ja, Matschi. Matschi-Pampiers. Ich wollte ja eigentlich erst mal hier hin. Was macht der jetzt? Ich habe mal, er soll warten. Lass mich in Ruhe, Pustelgesicht. Ich öffne nur für Nostro, den alten Hüter der Tür. Nicht für euch. Und nicht für den stinkenden Totengräber. Ach so. Dann ist die Tür gar keine wirkliche Dämonentür, auch wenn es eine Dämonentür ist. Sondern eher, na ihr wisst schon. Oh, hi. Wo kommst du denn her? Also doch eher hier so, so, wegen der Quest halt, ne? Wegen der Main Quest auch noch. Kann ja gar nichts auch sein. Oder Waffe halt zu stark. Das kann natürlich auch sein. So, wir müssen ja noch graben, ne? Die Nostro-Teile anscheinend. Oh, oder den Silberschlüssel. Das nehme ich auch gerne, ja. Was haben wir hier? Noch ein... So, okay. Nun geht es aber rund hier. Pam. Und Doppel-Pam. Äh, Nekromant. Irgendwas mit Nekromant. Irgendwas mit Nekromant. Nostro-Schwert. Einen Teil haben wir schon mal. Wo ist eigentlich der Toten-Räser. Hm. Das soll übrigens die Stelle sein, wo man ganz gut leveln kann. Und da uns ja wirklich nicht mehr viel fehlt. Werden wir den Multi einfach ein bisschen nach oben pratschen. Und dann, äh, ja. Trinken wir den Trank. Und dann ist gut. Dann haben wir Ruhe. Zumindest mit Stärke. Wo? Wo? Hurra. Wo? Hurra. Wo ich aber wie es bessere stellen. Wie lange denn hier fehlt? Ich weiß es gar nicht. Nur ein paar... paar tausend auf jeden Fall. Wieso findet man hier eine Angelroute? So, zwei von vier Teile haben wir schon mal. Mal gucken, ob der andere Kram ist. Ich würde mal sagen, hier ist einer drin, ne? Darf was zum Angeln. Na, oder auch nicht. Also, kein Durchgang. Ich meine, da runter. Aber wir angeln hier mal. Vielleicht ist es ja auch ein Rüstungsteil von Nostro. Es ist auf jeden Fall hartnäckig. Es ist... Na? Es ist... Es ist... Es ist... Sein Schild. Okay. Hi. Deswegen war auch die Angelroute da. Falls man bis jetzt noch keiner hat. Ich fast sehe. So, muss das letzte Teil... Das könnte hier sein, ne? Guck, gehen wir doch mal. Die Rüstung. Die Rüstung. Wunderbar. Dann haben wir ja alles zusammen. So, 22 reichen auf jeden Fall nicht. Und unsere Stärke maximieren können. Äh, wir haben dir dein Zeug gebracht. Meine Rüstung, meine Hände, mein Schild und mein Stil. Ihr bracht aus mir. So sei euch Durchgang gewählt. So, ihr habt dem Alten also die Rüstung zurückgebracht. Dann lasse ich euch durch. Aber Vorsicht. Ich will hinterher nicht eure Fingerabdrücke auf mir finden. Okay. Sie zählt auch nicht als Dämonentür. Dann würde ich sagen... Kann ich speichern? Ich muss mal ganz kurz gucken. Aber ich kann zum... Nein, ich kann nur Kontrollpunkte speichern. Ich hasse es. Ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin. Ciao, ciao.